Robert Schumann an Clara Schumann Ende nicht den 14. September 1854 Wie freute ich mich, geliebte Clara, deine Schriftzüge zu erkennen. Habe Dank, dass du gerade an solchem Tage schriebst und du und die lieben Kinder sich meiner noch in alter Liebe erinnern. Grüße und küsse die Kleinen. Oh, könnte ich euch einmal sehen und sprechen, aber der Weg ist doch zu weit. So viel möchte ich von dir erfahren, wie dein Leben überhaupt ist, wo ihr wohnt und ob noch du so herrlich spielst wie sonst, ob Marie und Elise immer vorschreiten, ob noch auch singen, ob du noch den klemmischen Flügel hast, wo meine Partitursammlung, die gedruckten und die Manuskripte wie das Requiem des Sängers Fluch hingekommen sind, wo unser Album, das Autografen von Goethe, Jean Paul, Mozart, Beethoven, Weber und viele an dich und mich gerichtete Briefe enthielt, wo die neue Zeitschrift für Musik und meine Korrespondenz. Hast du noch alle an dich von mir geschriebenen Briefe und die Liebeszeilen, die ich dir von Wien nach Paris schickte? Könntest du mir vielleicht etwas Interessantes schicken, vielleicht die Gedichte von Scherenberg, einige ältere Bände meiner Zeitschrift und die musikalischen Haus- und Lebensregeln? Dann fehlt es mir sehr an Notenpapier, da ich manchmal etwas an Musik aufschreiben möchte. Mein Leben ist sehr einfach und ich erfreue mich nur immer an der schönen Aussicht nach Bonn und, wenn ich da bin, an dem Siebengebirge und an Godesberg, an das du dich auch noch erinnern wirst, wie ich in der stärksten Sonnenhitze am Parken arbeitend von Krampfanfällen angefallen wurde. Dann möchte ich wissen, liebe Clara, ob du vielleicht für meine Kleidung gesorgten, ob du manchmal Zigarren gesandt. Es liegt mir viel daran, es zu wissen. Schreibe mir noch genaueres über die Kinder, ob sie noch von Beethoven, Mozart und aus meinem Jugendalbum spielen, ob auch Juli das Spiel fortsetzt und wie sich Ludwig, Ferdinand und die liebenswürdige Eugenie zeigen. Oh, wie gern möchte ich dein wundervolles Spiel einmal hören. War es ein Traum, dass wir im vorigen Winter in Holland waren und dass du überall so glänzend aufgenommen, namentlich in Rotterdam, und uns ein Fackelzug gebracht wurde und wie du in den Konzerten das S-Dur-Konzert, die Sonaten aus C-Dur und F-Moll von Beethoven, Etünen von Chopin, Lieder ohne Worte von Mendelssohn und auch mein neues Konzertstück, in D so herrlich spieltest? Erinnerst du dich noch eines Themas in S-Dur, was ich in der Nacht einmal hörte und Variationen darüber schrieb? Könntest du sie mir beilegen und vielleicht etwas von deinen Kompositionen mit? So viele Fragen und Bitten habe ich, könnte ich zu dir und sie dir aussprechen. Willst du den Schleier über dieses oder jenes, worüber ich dich gefragt werfen, so tue es. So lebt denn wohl, geliebte Clara und ihr lieben Kinder und schreibt mir bald. Dein alter, getreuer Robert Applaus 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 Applaus